Es ist schmerz. Alles okay? Nein, ich bin gut. Ich bin gut. Ist oder wird, das ist hier die Frage. Mhm. Alex, Alex, das Signal ist zurück. Kannst du mich hören? Ja. Russell, ich bin gut. Wie ist das? Ich habe ihn auf dem Tray. Er ist auf dem Weg. Du musst den Searview-Junktion finden, bevor sie da kommen. Ich arbeite an ihm. Mhm. Jetzt kann man doch aufmachen. Hm. Scheinbar nicht. Aber das kann man aufmachen. Kann ich die eigentlich aufziehen? Nice. Die nehmen wir mit. Man weiß nie, was da drin ist. Okay. Ist das nicht da? Nein, ich dachte. Okay. Das Licht ist da. Das Herz. So, was passiert, wenn du rauskriegst? Du wirst es nicht glauben. Aber ich bin in einen Verstand. Ein Vortigaunt? Was macht er da unten? Er schiebt. Ich glaube, er erneut vom Konvent. Was hat er gesagt? Du brauchst einen Vortigaunt? Er sagte, verrückte Vortigaunt. Ehh, ein Poil mehr. Na gut. Unsaft. Komm, ein bisschen süß sind die schon. Richtig. Komm. Kann ich das auch aufschlagen? Oh ja. Ach so. Ah, ich hätte eh hier rein müssen. Okay. Ah ja. Okay. Oh, das Vortigon, ich hatte. Er hat mir einen Hettkrab zu essen. Oh, hey, was hat es? Russell, Russell. Ich habe es nicht. Right. Natürlich nicht. Nein, das ist eine richtige Entscheidung. Ich habe immer das Gefühl, etwas liegen zu lassen, wenn ich nicht ganz genau gucke. Okay. Oh, das Zombie hat eine Schotgun. Echt? Oh. Gib... Gib her. Oh, nein. Lass doch los. Okay, da geht es halt so runter auf den Boden, was ist das? na gut Schatz mal, ich kann das ein bisschen runter... Wow! Nein, 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 nein! Verstehst du das? Ja. Lass uns den Schotten rauskriegen und weg her! Mädel... Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Nein! Warum will das nicht? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Es wird schneller! Für die Flinte... So lasse ich einfach... Bin ich blöd? Oh Gott! Jetzt seh doch auf! Okay, 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 okay! Okay! Woah, fuck! Fuck! Four shells left. We did it! Gaia! T-Shows left. T-Shows left. T-Shows left. Äh... Meine Maske ist weg. Warum ist meine Maske weg? Boah, ich bin jetzt noch ein bisschen... ...sprachlos. Kopf schon wieder an der Tür. Ne. Boah, das war intens. Weiß nicht, muss ich da lang, oder muss ich da lang? Ich habe wieder Munition gebrochen... ...von der Flinte. Ach... Geht doch. Nix! Scheiße! Na, da geht's weiter. Gehen wir gleich hin. Wir gucken jetzt erst noch den anderen Gang an. Äh... Äh... Da! Vielleicht um die Munition? Witzig. Wir gucken jetzt weiter. Guck mal... Und gehen wir weiter. Ich muss mehr Zielen üben. Jetzt werde ich langsam wütend. Oh, fuck! Gibt's da nicht. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Ja, nur drei Schuss bringt gar nichts. Das ist ja nicht so gut gelaufen. 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 Ich bin mir sicher, dass es da weitergeht. Ich will auf Nummer sicher gehen. Natürlich wieder alles einsammeln. Ich will auf Nummer sicher gehen. Hier ist bestimmt irgendwas. Die sind so klein, die sieht man gar nicht. Okay. Gucken wir jetzt. Die andere Seite nochmal an. Ach so. Ach so. Ach so, ach so, ach so. Nein. Upgraden. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Es macht schon Sinn, das zu halten. Irgendwie. so wie. Ich verschossen. Kann ich dich mitnehmen? Äh. Weiter nicht. Wahrscheinlich kann ich das dagegen schmeißen. Und da. Und noch eine Kiste Munition So Ich glaube, zu wenig Polymer 18 ist zu wenig Laservisier Ja, ist schon gut Nach dem Ersschuss einen zweiten abzufordern Das ist alles Kanadenwerfer Okay Ähm, ja, Laservisier ist gut Das wäre nicht schlecht Das wäre nicht schlecht Das wäre nicht schlecht Das ist gut Wenn ich nur ein bisschen mehr Ja, Munition hätte Machst du mal Glück gehabt, Kleiner Warte mal gucken Ich geh mal nach oben Was ist das für mich? Was ist das für mich? Was ist das für mich? Ich lerne es nie Scheiße Ah, mal ein bisschen Munition Die ich gerade verschwendet habe Ja, ich weiß nicht Ja, ich bin ja Was ist das für mich? Ja, ich bin ja Ich bin ja Ich bin ja Too dark. You'll need a flashlight. I'll be right. Ja, komm. Oh, beruhig dich. Ja, kommt. Ich hab dich nicht mehr. Ich hab dich nicht mehr. Ich hab dich nicht mehr. Hanshaft? Ach ne, du. Eine Flasche. Ich dachte, das wäre ein mobiler Lautsprecher. Die Fantasie geht schon in mir durch. Oh Gott. Oh shit. Na, komm, komm. Komm. Super gut versteckt. Richtig gut. Okay, muss nicht überbrücken. Passt. Ist wahrscheinlich auch durch. Oh. Shit. Ist zu. Dann mach ich das wieder an. Das ist nix. Was hier hat das Kappen? Das mach mal so. Okay. Sechster Schuss. Äh, mach ich mal zu. Ah, toll. Toll. Hm, was hab ich nur getan? Vielleicht geht er jetzt weg. Oh, vielleicht kann ich. durch. Puh. Welch geht er da durch? Na, komm. Na, komm, komm. 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 Na, macht er nicht. Kann ich jetzt aber nicht da durch, oder? Oh fuck, das kann da durch. Warum kann er es da durch? Quick save. Man weiß nie. Ich will ernsthaft nicht da runter. nicht, 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 äh, oh, nee. Okay. Go. Woof. Es ist kalt. Alles okay? Nein, ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. So, ein bisschen Schiss hab ich schon. Gebe ich ehrlich zu. Oh, thank God. Olek. Boah, es ist fucking ungewohnt. Hm, die Pistole lieber. Nein, nein, kann nicht. Puh. I hate it. I hate it. This is... This is... This is... This is... Oh, ernsthaft. Es ist wirklich dunkel. Russ? Ja? Ja, bitte. Einfach reden. Irgendwas. Okay, cool. Kann ich da drauf? Kann ich da noch mehr reinmachen? Aha! Aber der Reflex ist laservisier. Gibt auch nicht immer irgendwas. Oh ja. Oh ja. Ja, toll. Ich bin gar nix, sie können ja durchspringen. Und zwei Schuss muss. Darf ich nicht vergessen? Ich wusste es. 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 Entschuldigung. Ach, ich weiß nicht. 4 Schuss! Oh, gleich zwei. Was? Was? Oh, gleich zwei. Oh, gleich zwei. Das ist ein Schuss. Da muss ich rein. Da hat man dich fast vergessen. Okay. All right Russ, really need you to talk again. Absolutely. Be specific. Um, before. What was life like before the combine? Ah, excellent. Alex, have you ever heard of a club sandwich? Uh, nope. Not once. Right. To make a club sandwich you need to start with bread. Not from a bread line, from a bakery across the street. Baked that day, okay? You add tomatoes, lettuce, not vegetable paste, fresh. Then you add bacon. That's from an animal we used to call the pig. You toast the bread and you put all that inside it. You guys had all that? That's insane. It is. And I'm not done. Then you add a second sandwich on top of the first one. You put ham in it, also from a peg, and turkey. Aah, yeah, yeah, yeah. Weiter, 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 weiter. What? I know, right? Alex? Wow. Thanks Russ. Der Witze wäre nicht schlecht. Man weiß nie, was von oben kommt. Siehst du das? Und? Oh, Dreck. Dreck, 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 Dreck. Dreck, 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 Dreck. Dreck, 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 Dreck. Oh Gott! Ups, zurück. Oh Gott! Okay, weiter geht's. Was ist? Bin mir nicht sicher, ob ich da runter soll. Einmal hier. Dahin. Und dahin. In die Mitte. Dann wollen wir mal Quicksafen, man weiß nie. Okay. Wo ist es? Nein, nicht du. 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 Three left. Nein, nicht du. Nein, nicht du. Nein, nicht du. Das ist für mich. Deine Haltung. Wartet er nicht was? Hat er irgendwas... Okay, never mind. Okay, never mind. Fuck it, fuck, fuck, fuck! Was ist hier? Achtung! Ernsthaft! 39 Volle Munition. Okay. 30. Manchmal spackt das Licht ein bisschen. So, jetzt. So, Zigaretten. So, Zigaretten. Hm? Boah, fuck! Verdammt, in mein Auge kratzt! We'll do a star one. Okay. Remax left. Täbrik. Täbrik. Täbrik! Täbrik. Was ist denn da? Weg da! Schon ein Rückzugsort geebnet. Aber ich glaub, hier ist nix mehr. Ich glaub, wir haben's. Ich warne euch. Ich habe einen Pinsel. Ich warne euch. 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 Ich warne euch.